Guten Tag, mein Name ist Stefanie Weiser. Ich bin Apothekerin und führe gemeinsam mit meinem Vater die Dr. Haug und Dr. Weiser Apotheken in Pforzheim. Wir legen größten Wert darauf, die Patienten bestmöglichst über das Arzneimittel zu informieren, um damit eine mögliche Therapietreue und Einnahmepünktlichkeit zu erreichen. Hallo, mein Name ist Tim Kauper, ich bin Berater für Freien Teilberufe bei der Volksbank Pforzheim. Mein Aufgabengebiet ist die ganzheitliche Finanzplanung der Kundengruppe der Freien Teilberufe. Freien Teilberufe kümmern sich um das wichtigste Gute des Menschen, die Gesundheit und daher ist es mir ein Anliegen auch den Berufsstand zu fördern. Hallo, Thorsten Stieber ist mein Name, ich bin Berater für Freien Teilberufe bei der Volksbank Pforzheim. Hier betreue ich alle freien teilberuflichen Kunden. Als Unternehmerin treibt mich die Freude an meinem Beruf an und besonders Menschen zu helfen. Die Patienten spüren sehr wohl, wenn eine ehrliche, empathische und auch kompetente Beratung dahinter steht. Es liegt schon in der DNA der Volksbank Pforzheim, die regionalen Unternehmen und auch Privatpersonen zu fördern. Im Wesentlichen ein großer Vorteil an der regionalen Bank sind die kurzen Wege für unsere Kunden. Eine gute Bank ist für mich, dass individuell und schnell auf meine individuellen Bedürfnisse eingegangen wird. Ich arbeite mit der Volksbank Pforzheim schon seit den 70er Jahren sehr gut zusammen. Wir kennen uns, wir schätzen uns. Die Volksbank weiß, was sie an mir hat, und ich weiß, was ich an der Volksbank habe. Für mich war es heute schön, auch mal das Unternehmen hinter den Finanzangelegenheiten zu sehen. Die Apotheke hier ist sehr, sehr gut organisiert, die Abläufe stimmen und das ist, glaube ich, etwas, was man für sich auch mitnehmen kann.